Servus! Prost! Also sehr schön war es heute in Frankfurt. Nochmal herzlichen Glückwunsch an Rami Hatab und Makia, die die Runde gewonnen haben und am 26.07. dann in Wiesbaden im Kulturpalast spielen. Und auch vielen Dank an die beiden anderen Bands, C309 und The Muffin Tops. Es war sehr sehr knapp, es war ein sehr sehr hohes Niveau und es ist schade um alle, die nicht mehr dabei sind, aber ich freue mich auch sehr über die beiden Bands, die weiter sind. Was ich ganz vergessen habe, was wir eigentlich machen wollten heute Mittag, die Reihenfolge für morgen in Rüsselsheim im Rind. Wir haben wieder vier Bands, ich habe die vier hier aufgeschrieben und ich los jetzt heute die Reihenfolge ganz schnell aus. Erste Band des Abends. Jens Bender. Da freue ich mich. Jens Bender wird gut. Ich werde erstmal schummeln hier. Zweite Band. The Aesthetic Voyager. Also ich bin ja eigentlich hier, um ein bisschen aufzuräumen. Wir müssen noch das Backstage Essen, die Schüssel spülen und so. Schweiß, Schweiß, kommen noch zwei. Einen Moment. Also. Nummer drei. No Fate Net. Und die vierte Band morgen, bleibt nur noch eine übrig, ist Sigura. Wir wünschen allen teilnehmenden Bands natürlich viel Glück, viel Erfolg. Wir freuen uns, wenn ganz viele Leute morgen kommen und die Bands unterstützen. Heute war es sehr, sehr gut Besuch, es war echt toll im Elfer. Hoffentlich wird es morgen im Rind mindestens genauso gut. Wir freuen uns auf euch. Und ich mache jetzt noch ein bisschen sauber hier. Und lade die Bilder hoch und so. Und wir sehen uns morgen im Rind in Rüsselsheim. Bis denn. Tschö.